Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call und meine Botschaft diese Woche, endlich, endlich, könnt ihr es sehen? Ja, genau, 11.11.11 Uhr, die Narren sind wieder los. Und ich höre genau den einen oder anderen von euch sagen, oh, die Narren, dat schon wieder. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem in einem Land sind nicht die Spinner oder die Narren. Das Problem in einem Land, das sind die Idioten. Und wir werden jetzt viel Humor brauchen in den nächsten Wochen, damit wir die ganze Situation ertragen können. Übrigens, die Narren sind genau das Richtige, um jede pandemische Krisenlage zu bewältigen. Weil die Narren, die haben mit Masken keine Probleme. Impfen ist für die auch kein Problem. Muss natürlich ein bisschen Alkohol mit reingemischt sein. So ist das Leben viel besser zu ertragen. Mit Humor und nicht mit so viel Wut. Ist doch verrückt, ne? Erst haben sich alle monatelang beschwert, dass die Regierung so viel macht wegen der Pandemie. Jetzt fangen die Ersten an, sich zu beschweren, dass gar nichts gemacht wird. Ich sag ja, allen recht getan ist schlecht getan. Jetzt aber ein paar schöne Witze erzählt und in den nächsten Monaten gute närrische Unterhaltung. Ich bin dabei. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.